Fast Try. Was machst du da, Bro? So, Freunde, ich werde den Hai jetzt bis zum Jupiter und wieder zurückfühlen. Wahrscheinlich. Hai, wenn ich mit dir gleich fertig bin, dann sitzt du weinend da vorne in der Ecke. Da, ja? Mit so einer 1,5 Kilogramm. Da, ja? Ja, genau da. Und sitzt da so. Jetzt sag mal ehrlich, hat dich das gefühlt? Ich glaub nicht. Nee, wieso? Was glaubst du, wie es geht? Weil das ist Stripperdeckes. Ja! Die Twitch Gang ist am Start. Hashtag Twitch Gang. Mal, wie lange bist du gefahren, Herr? Ich hab ungefähr sechs Stunden gebraucht, glaub ich, von Düsseldorf. Ich hab natürlich auch Zwischenstops gemacht, bisschen gepinkelt, bisschen was gemampft, noch mehr gepinkelt, noch mehr gemampft, mein Pipi getrunken. Musst du nicht mal richtig big irgendwann, oder? Ja, das hab ich mir aufgespart für deine... Ich wusste es. Spaß, Spaß, Spaß. Warum erzähl ich das überhaupt nicht? Ach, das mit dem Fang, das wäre toll, die Snail. Warte, ich mach lieber den hier. Giant Spring. Mati 2020. Progress. Kennst du den Deck Spring? Nee. Spring, den Dennis immer macht? Nee. Den mach ich jetzt nicht, weil ich keinen Bock auf Aufheben hab. Aber der macht aber so... Und dann so... Und dann... Hinter sich. Und der macht das irgendwie immer auf dem Sofa und immer lang die Karten hinter sich. Alexa? Willst du mich heilraten? Hoff. Boom. Guck mal nach. Ich glaube, mir ist vor Aufregung gerade der Stromkreis durchgebrannt. Nessi? Du weißt Bescheid. Nee. Wenn ich Fusedy-Dings oben treffe, ziehst du dein T-Shirt aus, oben ohne. Okay. Warte. Nein, 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 nein. Schön im Wechsel. Du weißt, wie es war. Wenn ich das treffe, ziehst du dich nämlich oben, oder? Hä? Aber du bist doch viel leichter. Ja, ja, moin, Digga. Aber ich werf gut, Digga. Oha, jetzt hab ich die andere Flasche getroffen. Digga, ich sitze einen Meter davon. Digga! Oh mein! Oh! Oh, leck. Oh, leck. Maaaann. Ja, lassotrein. Okay, ich zieh mich aus. Da schreibt er gerade eine Nachricht. Und er checkt nicht, dass er Mord begangen hat. Und zwar an Fiona. Oh mein Gott, er hat einfach dagegen geschmissen. Und es hängt einfach da fest. Aber weißt du, was das bedeutet? Fiona leistet jetzt Jerry-Gesellschaft in der Ewigkeit. Wer ist Jerry? Jerry ist... Was ist zu fragen? Jerry war mein Kaktus. Jerry ist tot. Ich hab's übrigens geschafft, einen Kaktus zu töten. Wollte ich kurz angemerkt haben an der Stelle. Du kannst stolz auf dich sein. Hier, ein Siegel. Sehr schön. Oh. Sehr nice. Ja, das hättest du auch mal sein lassen können. Weißt du, Bro, das Ding ist, ich hab noch nie bei dem Leben gekifft. Aber... Aber ich merk ja, sobald ich mich locker mache, dann läuft das so viel besser. Ich glaub, ich muss einfach vorm Song im Trainer drehen. Muss ich einfach immer kiffen vorher. Mach ich mich einfach locker. Und dann guck mal, wie das läuft, wenn ich locker bin. Du weißt ja nicht, was ich mit dem Wasser gemixt habe, ne? Ah, ja. Der Mati hat auf jeden Fall gesuchtet. Der übt jetzt legit seit zwei Stunden diesen einen Move und macht nix anderes. Das ist absolut richtig. Und das hab ich jetzt die letzten vier Tage so gemacht. Ich hab jetzt vier Tage lang einfach nur diesen Move gemacht. Wir machen einfach um drei Uhr morgens eine Insta-Live-ception. Ich streame und hab jetzt Mati eingeladen in meinen Stream. Und das Ding ist, er chillt einfach dort. Jetzt ist er da auch ganz erotisch. Es ist schon der nächste Tag. Es geht los. Eden-Trader-Dreh. Aber erst mal Frühstücken. Ich hab jetzt grad geduscht. Wie hat der Herr Berger geschlafen? Also, pass auf, laut meiner Uhr hab ich statt wie sonst immer 45 Minuten tiefschlaf so 12 Minuten tiefschlafgeert heute Nacht. Also ich hab scheinbar nicht so tief geschlafen, aber ich fühle mich erholt. Ich hab mich auch nicht schlafen gehört. Ja, seit ich Sport mache, schneide ich nicht mehr. Beste Leben, Alter. Nessi, grüßt. Ja. Hast du gefurzt? Nee, der kritzt hat er so. Jetzt hat Mati so, ja, vor fünf Minuten. What the fuck? Man verbreitet sich. Oh mein Gott, dieses Verbreiten, der. Doch, doch, ich seh' uns, doch. Wir sind schon da. Guck mal, ja, ich seh' mich nicht aussehen, Alter. Wir gucken grad alte Videos an. Wie sahen die denn aus? Das ist ja halt doof. Das ist ja Google Live, komplett lost. Ich hab drei Eier. Wie einfach deine Reaktion exakt so ist wie ein Video, Alter. Classic. Wie guckst du denn da? Was mit deinem kleinen Kopf, mit einer riesen Blumen, Alter. Das macht ja keinen Sinn. Was ist eigentlich bei deinen Augenbrauen los gewesen? Die sehen irgendwie anders aus. Nein, die sehen immer noch so aus. Ja? Ja, say, guck. Nee, die sehen jetzt anders aus. Die sehen da irgendwie buschiger aus. Guck mal so. Nein, das ist genau. Ich hab immer die gleichen Augenbrauen. Ja gut, dann ist das vielleicht, weil das ist schwarze Augenbrauen mit diesen komischen gemogenen Haaren. Ja, richtig, richtig. Ich hab immer noch ficke Augenbrauen, der Digger. Ich hab immer noch voller und Crack, Alter. Das raced, das raced. Es ist einfach jetzt 45 Sekunden und im Titel steht Fakten über Somnium Cards und man hat einfach noch gar nichts gecheckt. Vielleicht schau ich jetzt bitte ganz aufmerksam an das Video an. Spitz die Laufscheche, bitte, bitte. Also wenn der Mati sagt, bitte hör zu, dann schalte ich jetzt ab an der Stelle. Die Community in a nutshell. Genau so. Genau so. Die Stelle. Was machst du da, Bro? Ich hab den Fleck auf dem Pullover. Ich muss den irgendwie... Achso, achso. Ja, ich dachte, du machst was komisches in meiner Wohnung. Also... Der deppt einfach... Er wusste nicht weiter, ich hab einfach die Kamera anmachen, er deppt einfach schon. Bro, eine wichtige Weisheit von dir heute für die Leute. Dankeschön. Hi, wie muss der BMW sein? Der muss richtig big sein, weißt du? Hey, hi, wollen wir heiraten? Dann sind wir eigentlich schon ein paar... Ich glaube, es wird Zeit für eine Heirat, oder? Dann lass mal jetzt hier rechts abbiegen und auf nach... Wedding. Das ist halt so original, so ein Klecks-Joke, weißt du das? Wedding. Jungs, das war Wedding. Wir sind dann in der Location angekommen, denke ich mal. Ja, Herr Berger, ich seh ihn nicht. Ja, ist einfach unsichtbar. Der Greenscreen, Mati. Der Unsichtbare. Freunde, Interactive-YouTube-Video. Wollen wir gerade ausgehen? Nach rechts gehen? Oder nach links? Birendessen, Flo wartet schon seit einer halben Stunde auf uns. Hi, so. Hm. Hm. Interactive-YouTube-Video. Was? Wir waren einfach beide so. Kamera voll in die... Beide so hier. Also Flo, müsst ihr irgendwo da... Er ruft an, Digga. Ja, moin. Flo? Ey, dein Lachen hört man ja über das gesamte Gelände. Ich will... Nein, lass uns nicht hier durchgehen. Nein, 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 Bro, wir gehen da nicht durch. Weißt du, wie viele Tech-Men da drin sind? Willst du einfach sterben? Willst du 100% Anteil an mir geben? Also ich würde durch Tech-Men? Ja, okay, wir wissen schon. 30 Meter zurück und dann ist der Weg rein. Aber Flo ruft an, um einfach nur zu sagen, dass ich in meiner Fresse halten soll. Die Vlog-Septions. Die Vlog-Septions. Die Vlog-Vlog-Triple-Vlogs. Ich kann stand-off. Einmal komplett überbelichtet, weil ich kein Auto gemacht habe. Boah, so viel Sony-Action hier. Was ist da los? Ja, Sony-Action ist gute Action. Ey, du hast ja auch noch einen OnePlus 7T Pro. Ja, das Beste. Ja, das ist das Schöne. Mensch, doch mal. Also ich habe ein iPhone. Du hast keine Ahnung. Ja, ja, falls jemand noch ein Handy-Gimbal, ich habe drei Gimbal. Ich habe drei Eier. One man, one desire to change this world with cards. He can do anything. And there's one guy in the background who has a camera. Very nice. Okay, ah, meine Hose rutscht. Wer, da film ich jetzt rauf. Okay, und action. Jetzt werden Aufnahmen vom Hi-Door gemacht. Ey, ich würde dich auch da drüben irgendwo hinstellen. Ja, ich würde exakt nicht exakt das Beispiel nehmen. Okay, dann gehen wir nochmal. Ich verpasst das ganz klar. Weißt du, ihr wollt jetzt auch noch Aufnahmen von den Starten? Genau, das machen wir gleich auch, ja. Okay, bist du bereit? Also ich finde es cool, wenn man den mit rum, aber auch in close. Ja, dann gehe ich einmal so rum, in wide und einmal in close. Bist du bereit? Bist du bereit? Yes, sir. Ohneck. Oh, gerne mal krieg. Wobbly. Hallo, it's me, Florian. Oh, ja, ja. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. So, Bro, das sieht gefährlich aus. Oh, das sieht ultra gut aus. Du hast keine Ahnung, wie gut es aussieht. Oh, ein Entchen. Ein kleines Entchen. Das Entchen hat Bock auf Hi. Der muss richtig big sein, weißt du? Take my hand. Wieso tut er so? Take my whole deck two. Ja, und damit zaubern wir jetzt. Das ist für dich, hey. Kuss. Es ist soweit. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Mach's gut, Leute. Flo, danke fürs Mitre-Machen und große Ehre, mein Digga. Immer gerne. Check dein Insta, bitte. Check dein Instagram, ist in der Beschreibung. Und Matti, willst du jetzt seine Fußnägel küssen, oder nicht? Ja, ich küssse deine Fußnägel. Bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Macht einfach random, einfach ein bisschen Magie-Dinger, diesdass. Aber er ist ganz geschüttert an seiner Ecke, ey. Macht da ein bisschen Magie. Zählchen. What the fuck, dude? Raus. Aber schnell. Raus aus mein Haus. Du hast die Tür abgeschlossen. Shit. Shit. Ja, hast du gar nicht. Fast try. So, Freunde, ich koche jetzt für den Matti Berghi und er kriegt drei Eier von mir. Ich habe drei Eier. Da lacht er. Was sagen Sie, Herr Berger? Herr Berger approved. Alles wird z-plus geklärt mit Matthias, Digga. Update dich, bevor du solche Fragen stellst. Ja, stimmt das, Bro. Kann ich bestätigen. Kannst bestätigen? Kann ich bestätigen. Time to say goodbye. Es wird Zeit, tschüss zu sagen. Richtig. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst dieses Video nicht nur einen. Genau. Vergiss dieses Video. Digga. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genau das gleiche bei dir. Yo, check diesen Dude aus. Liked sein Video. Küsst bitte nicht deine Nasenlöcher. Okay. Gut. Tschüss, hi. Okay. It's been a long day without you, my friend. I will tell you all about it when I kiss you. Was? Egal. Egal. Auf Homo-Basis. Das war doch voll die geile Abmant. Okay. Okay. tschüss. Wir sind jetzt mit der USA, die der Kirchen angeht. Bist du, ich bin ein Geruch in der Kirche. Ich bin ein Geruch. Das war dein Geruch. Ja, Herr. Das war doch gut. Das war doch.